jetzt im test die pyroland single shots salut einmal als single shot dann als dreier salut und einmal als siebener salut gibt es jetzt fangen wir mal an mit dem einschüsser gleich noch ein daher jetzt der dreierschuss von pyroland jetzt der siebener jetzt noch mein fazit zu diesen pyroland salut rohren einschuss dreier und auch siebener mega teile unfassbar heftig vor allem der siebener hat mich richtig überzeugt und 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 und